Ja moin, ja moin Leute, das hier ist der 4. März dieses Jahres, wenn wir mal was merkwürdiges zeigen, was hier so passiert, hätten sie mich schon nicht vollgesprungen, dann kommt es von außen, können wir sagen, ich muss sagen, da war ein Wettbewerb, mein Gott kommt das Wettbewerb, das haben sie wahrscheinlich über Nacht, der am Nordsee versprungen können, wenn sie das so ausfällig überlanden, sie werden doch einigermaßen enorm. Auf der anderen Seite kommen wir dann den Wettbewerb, das ist der Wettbewerb, das ist der Wettbewerb. Es sieht nichts aus wie eine Wolk, das ist alles, das ist der Wettbewerb, der da, aber das ist ja ein bisschen das Spaß, die wir noch wollten, die Bane. Wolf, Monkega, Schimmelstreicher Wolf, Wolf, Wolf Wolf, Wolf Die Ausleuchteile. Die Erzähl-Satier. Punkt 2, Punkt 2. Sie sind nur auf den Weg gebracht. was wir machen sollen, was wir bringen. Auf den Fenster. Wir haben ein bisschen Schwänzen gehalten. Ich verstehe das auch nicht. Was hab ich zwei sagen. Das ist das Auge. Auge, Auge, Auge. Auge, 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 Auge. Die Schwänzer sind auch wieder zusammengezogen worden. Die Linie. Das ist alles zusammengezogen. Das ist das Auge. Das ist das Auge. Das Auge. Das Auge. Das Auge. Das Auge. Alles. Das Auge. 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 Oh. Das Auge. Das Auge. Das Auge. Mega-Captain hast du hier, Monstrum. Alle Farben, hauptsächlich Lila. Und es ist eine völlig versaute Wolke. Ist komplett Wolkisch. Da sieht man auch an, wie du. Oh, da sieht man die Wolken. Alle Wolken. Alle Wolken. So staunen sich und dann alle Wolken hier. Sie werden verdunstet. Die Blatt. Einiglicher Dunster ist das hier. Das sind verdunstete Wolken. Das blick. Oder die ganzen Schlachtflug. Das blick. Das ist frisch gespürt worden. Wo wollen wir das Zeitzeigen? Die Sonne sieht so fleißig aus. 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 Doch 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 doch. Genau in Richtung der Licht. Alle genau da hinweg. Oder sie verschwinden. Wenn wir das moralische Teil weggedunst. So, jetzt. Das ist der erste. Blau-Weiße mit 2 Turbinen. 1, 2. Deutlich im Kemptrier. Viel zu dicht am Flieger. Unterschiedlich auch. Seht ja nicht ohnehin. Auch wir sehen den Flieger so. Jetzt lässt sich die Spürung nach. Der Tank ist wieder zwei unterschiedlich hier. Direkt nebeneinander. Völlig unmöglich. Das heißt, er müsste zwei verschiedene Maschinen haben. Wo heißt es denn denn? Eugensuppe verschwunden. Jetzt wird es so hier und nachmittags sein. Immer wieder rauszugucken. Über mir ist keine Wolke. Da bin mir jetzt getoastet. Jetzt kommen ein paar. Wie jetzt diese Spiellinie ist, die hat rechtanyminimal. Und das geht einfach Dir nehmen uit. Dort ist das freundlich. Dann kann man da stellen. Wie kann die Martine noch nicht Die Halt. Das ist runter hoch. Das sieht dauernd aus. Keiner weg. Alle schön in reichen Blüten und Tante zum Morgen. Der Toasterkreis über mir. Es ist schon die Sonne erst mal. Schöner Abend. Es ist bis 6 Uhr abends. Die komprimierte Wolke. Und darum dieser merkwürdige Dunst. Die Bann ist wirklich groß. Wieder über mir eingeholt. Da ist alles weggetoastet. Das bleibt voll über. Und jetzt kommt er. Den erwische ich gleich beim Abscheiden. Deutlich am Trinken. Deutlich dicht an der Maschine dran. Ah, das ist ein Blut. Und jetzt erwische ich gleich beim Abscheiden. Die große Vierturbine mit rot-weißen. Ähnlich wie die blau-weißen. Der hat auch hier noch einen extra dicken Bauch. Jetzt ist er leider in die Sonne geflogen. Jetzt schaltet er langsam ab. Ah ne, jetzt gehts noch. Aber rot-weiß. Größte Teil des Beis. Ich denke, es ist eine hohe Vierturbine. Die 747. Da schaltet er langsamer. Aber deutlich unterschiedlich zentriert. Ich habe schon verwackelt. Da habe ich das Bild dann angefangen. Wenn ich es gesehen habe, was ich jetzt abschalten kann. Nichts mehr hart. Heft. Alle. Leider bin ich hier verwackelt. Siehst du auch. Was die letzten sehen. Aber immer noch. Deutlich zwei unterschiedliche. Besser linke weg. Ne, der rechte ist weg. Ich weiß nicht genau. Und weg ist er auch. Aber abgescheißen. Oh Leute, mir reicht das jetzt auch. Die Sonne geht auch noch gleich weg. So was sieht auch ganz merkwürdig aus, finde ich. Durchscheinend ist. Aber das ist viertel vor. Irrisieren. In der Zeit, man muss ja 30 Tage sein. Das war eigentlich nur an sehr kalten Tagen. Ich weiß nicht, wie wir alle. Ich weiß nicht, wie wir alle. Nähe nicht so deutlich sehen, wenn ihr es das alles zusammengefangen müsst. Und wir das einfach. Saninisiert. Einen apostieren. So. Der durchgeimpfte Wolke. Das irgendwie. Und so euch. Das hier lila, grün, blau, wie immer und heute zieht euch so. Dieses Gefühl da. Das alles zusammengefressen. Das ist Hubble Engine. Das ist hochkater's blöd. Hier sieht auch noch die Sau raus. Deutlich auch überlegen, was man spüren. Der Hauptteil hat da wohl dabei gesammelt. Die haut immer wieder rein. Und da ist schon wieder einer in der See. Das ist der Nahrung. Jetzt sieht's hier. Und der Tag ist auch wieder. Viertel nach acht abends. Toll. Ihr habt's jetzt auch überstanden. Hier, wenn wir mit wieder getoastet. Das Loch will nämlich. Seht ihr da? Hier ist keine Wolke. Hier ist nur noch der Dunst. Der möchte sein. Der möchte nicht. Alles für ihn. Da ist gar nicht voll genug. Das war's Leute. Das war's Leute. Viel Spaß denn. Dreh drauf.